Heute schon die Zukunft erleben. Die Digitalisierung in der Prozessindustrie macht genau das möglich. Nicht nur im Engineering, sondern auch in der Betriebsphase. Der bidirektionale Datenaustausch zwischen COMOS und SIMATIC PCS 7 sorgt dafür, dass der digitale Zwilling der Anlage immer auf dem aktuellen Stand ist und bleibt. Um eine reibungslose Produktion zu gewährleisten, arbeiten alle Komponenten nahtlos mit dem Prozessleitsystem zusammen. In SIMATIC PCS 7 werden alle Prozesse und Daten übersichtlich dargestellt. Dazu gehört auch die Überwachung von wichtigen Komponenten im laufenden Betrieb. Ein Beispiel hierfür ist die kontinuierliche Überwachung einer Pumpe. Die Energieversorgung kommt von einer SIVACON-Schaltanlage. Ein SINAMIX-Frequenzumrichter regelt den Antrieb und sendet die Daten an das Prozessleitsystem. Erforderlich für eine umfassende Überwachung sind Messgeräte. Hier zum Beispiel ein Druckmessumformer, der die Messwerte über die Kommunikation ebenfalls ins Prozessleitsystem liefert. Aus dem Verhältnis von Stromverbrauch und Druck können Rückschlüsse auf den aktuellen Zustand der Pumpe gezogen werden. Mit der Operations Intelligence Software XHQ können Sie alle wichtigen Daten, wie zum Beispiel Prozess-, Anlagen- und Geschäftsdaten, in Echtzeit anzeigen. Dies hilft dabei, schnell Entscheidungen zu treffen. Auch die Daten von verschiedenen Anlagen weltweit können aggregiert und somit schnell und einfach verglichen werden. Betrachten wir nun einen Wartungsfall. In SIMATIC PCS 7 wird eine Alarmmeldung über den kritischen Zustand einer Pumpe ausgegeben. Direkt aus der PCS 7 Maintenance Station stellt das Bedienpersonal eine Wartungsanfrage an das Serviceteam. Die Wartungsanfrage ist umgehend in COMOS MRO zu sehen. Mit COMOS Walk Insight findet der Servicemitarbeiter schnell und einfach die betroffene Pumpe in der Anlage und kann sofort mit dem Einsatz beginnen. Dank COMOS Portable hat er vor Ort Zugriff auf alle benötigten Informationen und kann auch alle Änderungen gleich in das zentrale Datenmodell zurückspielen. Damit bleibt der digitale Zwilling stets aktuell. Immer konsistente Daten und eine aktuelle Anlagendokumentation. Vermeidung von ungeplanten Anlagenstillständen und Optimierung von Wartungsarbeiten. Das sind nur einige Vorteile der Digitalisierung in der Betriebsphase. Nutzen Sie bereits heute das Potenzial der Digitalisierung mit Integrated Operation. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.